moin und hallo ich wünsche euch einen wunderschönen sonnigen tag ich bin hier wieder draußen in der natur ich nutze das gleich mal hier das schöne wetter um mir die füße zu vertreten und wo ich hier unterwegs bin und ihr darauf gespannt zeit dann lasst gerne gleich mal ein kostenloses abo da und nach dem intro erzähle ich euch das ja wo bin ich hier unterwegs ich bin hier im beutiner holz unterwegs das ist ungefähr 35 kilometer östlich von kiel dort möchte ich wieder gerne einen wanderweg beschreiten und mal schauen wo ist mich hier hin führt zumindest sind hier schon mal komische dinge entweder hat da jemand hat seinen fahrradkorb verloren oder er wurde einfach nur weggeschmissen also wie gesagt ich bin hier im beutiner holz unterwegs das ist wieder eine gute die ich wieder begehe für den tourismusverband holsteinische schweiz die runde ist allerdings nur vier kilometer bisschen drüber weit darum habe ich die strecke etwas erweitert und nehme noch eine zweite tour mit dran darum wird es eine doppelrunde werden und ich werde erstmal auf den ersten hälfte des weges hier lang gehen den weg den ich testen soll wo die schilder auf dass die schilder auch richtig stehen und ob man auch hier geführt wird der zweite weg wird mich vielleicht an die bräutigamseiche hier vorbei führen dort kann man nämlich seine liebespost hinterlassen wenn ich daran vorbeikommen zeige ich sie euch natürlich und ich würde mich freuen wenn ihr mitkommen würde es fängt ja schon mal sehr gut an also hier haben wir mal ein schlammigen parcours wobei ich nehme auch an hier sind auch reiter unterwegs gerade auf dieser seite also hinter mir ist ein reiterhof die ausschilderung es sollte weiß blau weiß sein habe ich bis jetzt noch nicht gesehen außer vorne bei dem hinweisschild und darum hoffe ich dass ich noch auf dem richtigen weg bin die strecke insgesamt mit den beiden ist so knapp acht kilometer das hatte ich glaube noch gar nicht gesagt und führt mich denn hier durch das schöne beutiner holz ich hoffe zumindest dass es so schön bleibt ich kenne zumindest die stelle von der bräutigamseiche und da ist es auch so schön bewaldet wie hier und das bringt natürlich abkühlung an diesen tag die sonne knallt nicht so und darum brauche ich auch nicht die sonnenbrille tragen also an dieser weggabelung wäre ich eigentlich nach hier gegangen aber ich werde geradeaus weiter weil ich ja den doppelweg laufe also hier wäre die Honighütte gewesen, aber diesmal ist sie zu. Ich hoffe, sie wird noch mal geöffnet. Falls sich mal einer mit Honig eindecken will, hier noch mal ganz kurz auf dem Parkplatz Beutinger Holz, da bin ich. Also ich bin schon drei Kilometer gelaufen. Man sieht auch, hier ist auch ein Grillplatz in 2,8 Kilometer, aber ich werde in diese Richtung weiter nach links, da wo es in 150 Meter zu der Bräutigamseiche geht. Wie ihr gesehen habt, bin ich jetzt hier an der Bräutigamseiche. Dort, wo die Leiter hoch geht, ist das Postfach. Die Bräutigamseiche hat nämlich seit 1927 eine eigene Postanschrift und hier kommen täglich ungefähr 40 Briefe an aus aller Welt. Die Geschichte dazu, hier hat sich mal ein Liebespaar das Ja-Wort gegeben, die Tochter des Försters und ein Schokoladenfabrikant. Weil der Vater, der Tochter das erst nicht wollte, haben sie sich hier in der Eiche in dem Loch immer Liebesbriefe reingesteckt. Irgendwann hatte der Vater das aufgegeben und hat der Ehe zugesagt. Und hier drunter haben sie denn ihr Ja-Wort gegeben. Es gibt noch eine andere Geschichte dazu, wie der Baum gepflanzt wurde, weil es auch so ungefähr eine Liebesgeschichte. Ein keltischer Krieger, vor 500 Jahren, also die waren eigentlich schon ein bisschen länger weg, aber schwamm drüber, der lag verletzt auf dieser Stelle, wurde von einer jungen Frau gefunden und geheilt. Und als Dank dazu hat er diese Eiche gepflanzt. Also sie ist definitiv über 500 Jahre alt. Ich werde euch die Geschichte natürlich unten mit verlinken, dass ihr sie mal komplett lesen könnt. Und dort findet ihr auch die Postanschrift zu dieser Eiche, wo ihr eure Liebesbriefe hinschicken könnt. Übrigens, man kann die Briefe auch lesen, weil hier gilt das Postgeheimnis nicht. Und bei Gefallen eines Briefes kann man den auch mitnehmen und vielleicht wird da etwas draus. Musik Musik Ich bin hier übrigens unterwegs im Dodauer-Vorast, wo auch das Beutiner-Holzboden so gehört. Dieser Forst ist 500 Hektar groß und gehört zu den Landesforsten Schleswig-Holstein. Musik 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 Die erste Runde habe ich beendet. Ich kam vorhin von hier, bin hier hoch und kam hier wieder raus. Jetzt noch ein kleines Stück, bis ich wieder auf den Beutiner-Holz-Rundweg komme. Dort muss ich natürlich wieder mehr achten auf die Ausschilderung, weil, wie gesagt, ich bewerte hier diesen Wanderweg. Auf der Rundweg, also man kann beide sehr gut kombinieren, kann ich schon mal sagen. Die Wege sind bis jetzt relativ naturbelassen, bis auf die Forstautobahn mit dem Schotterweg. Das fand ich nicht so sprickelnd und ein Highlight bis jetzt natürlich die Bräutigumseiche. Und nicht zu vergessen die wunderschöne Natur, in der ich mich hier bewege. Und es gibt natürlich auch noch was Snacks für zwischendurch. Mal sehen, wie sie so sind. Eigentlich sieht sie ziemlich gut aus. Mal schauen. Ja, noch ein bisschen sauer, aber lecker. Das war eine kleine Erfrischung zwischendurch. Das war eine kleine Erfrischung. Das soll es auch gewesen sein von der Doppelwanderung Beutiner-Holz-Bräutigumseiche. Weil ich habe jetzt ungefähr nur noch 400 Meter hinter mir geht es dann zum Parkplatz. Dieser Parkplatz heißt auch Beutinger-Holz. Direkt an der Beutigumseiche gibt es natürlich auch einen Parkplatz. Kurzen Fazit zu diesem Weg. Er war eigentlich sehr gut ausgebaut bis auf die Forstautobahnen, die sehr breit waren und teilweise auch mit Schotter belegt. Aber das hat damit zu tun, dass es hier ein Landesforst ist. Ansonsten Highlight hier die Natur, also der schöne Wald hier und die Bräutigamseiche. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Wer natürlich neu ist hier, lasst gerne ein Abo da und bis dahin. Tschüss. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Bis zum nächsten Mal.